ja sicher moin leute wir sind am schad ja mal wieder hundchen autofahren wir können nicht sein lassen wir müssen einmal noch mal jetzt ausdiskutieren wer hier der aggressive fahrer ist das ist unpraktisch er dachte ich mir auch gerade das hat unsere strecke muss auch mal reichen direkt mal hiermit starten der musste so dass am start schief gehen ganz gut der looping ist schon ganz gut wir kochen eis also eine fiese position er kann es nur aufhören zu schubsen da waren die übertrieben geile nicht so rausgeflogen erst mal ein paar punkte von polin und jetzt passiert sicherlich auf dem muster mit dem bild ja sicher mal was sie irgendwie so eine schaufel im auto die die mit nach oben wirft ich verstehe in dem spiel hier kann man auch mal sehen der vorteil auf den stellen was passiert ja ich muss dich schnell die verkehrsregeln halten rechts vor links schön dass du deine als dringend kann das erfährt dann ja und mein auto hat es jetzt zeit war nichts einsatz mit x Es war nicht hoch, da bringt er gar nichts. Hülfenstraße macht er auch immer, habe ich gehört. Ja, im Stau besonders. Ja, ganz wichtig. Dann fahren alle los. Das sieht ganz ungefährlich aus. Das ist ungefährlich, wenn man das aus dem Kamerabin sieht, weil hier noch der Tor ist. Bis zur Platzierung? Nein! Langsam fahren hat sie aufgezahlt. Nein! Oh, da man hat gedacht. Ui! Tramonis vorgehalten. Und dann auch nicht so. So. Yeezy. Oh! Guck mal hier, Katz! Guter Ding ist die schnell aktivieren. Leider nicht. Das war wieder so ein Millimeter Ding. Guter Ding ist die schnell aktiviert. Alter Schweder! Ja, ne ist klar. Ist klar, Atze! doch das ist perfekt platziert ja das stimmt also, perfekt Achtung du bringst dich da auf die andere auf der stricken stück zu springen mit dem tampon hin das fehlt zwar nicht viel aber ja ne, ich glaub ja ja ich hab meine Schrauben gemacht ich hab den selber selber mit weggeschossen also ja ich hab den selber selber mit weggeschossen ja ja ich hab den selber selber mit weggeschossen also geh weg okay ooooooooh kann man nicht Alter so warte mal weg nochmal nein naja naja ich bin bei xp absnacken ausprobiert ich sollte mal das habe ich den schon so lange und habe ich einmal benutzt breit breit eine breite oder ding ist scheiß dann habe ich glaube ich ein oder zweimal gefahren und der fahrer nicht so angenehm direkt direkt erstmal groß starten ja natürlich ja nicht so eng sein naja erst unten ist am wichtigsten alle checkpoints kriegen als der erste das war noch nicht so wichtig ja nicht ob sie mit einem berg oben muss nein auch wenn ich links runter war nicht optimal gebe ich zu da gebe ich dir recht das war nicht optimal aber wir gehen temporäre problem ja so ein bisschen strecke machen oder zieht gar nicht so schön aus immer möglich als man immer ist man nicht schöner ist ja das stimmt allerdings von wegen strecke mehr langweilig der antwort dort die dinger und es was Wow das ist eine rumschubserei aufhören wenn sie auch nicht warum in ruhe hinter mir schön ein rein hier so aber nicht los okay oh ja erst mal nach oben fahren und dann wieder runterfahren was passiert ach du hast eine kürzung genommen anscheinend habe ich tatsächlich irgendwie wie auch immer eine abkürzung genommen und die noch gekriegt wurden es falsch gemacht ich weiß es nicht und so klar erst mal ich brauche ein eis nach dem einsetzen probleme ich bin lange geflogen du bist glaube ich einfach nur lange geflogen wer ist auf der strecke ausgekommen dann und vor mir gewesen wäre ich zerstört wurden dann hättest du weiterfahren können einfach nur da kannst du hochküppeln einfach hochkommst beste idee aller zeiten spirale mit eis mit gefühligkeit ich habe mit schützen erst mal sagen wir haben ja aber dann macht man selbstmord oder andere mitzuweisen wir gucken zu der sicht übel ja weil schon wieder knapp alles die 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 mit einer kleinen scheiß kugeln ja robust zwei checken jetzt verkackt diese netz gott hast du dann noch was drauf gesetzt vielleicht mit senden ich habe auch nicht zwei sachen aufgesetzt jetzt war ein bisschen zu früh eingelägt da möchte man einfach nur gemütlichen sonntagsspazierungen fahren hier weißt du das ist immer solche hügel verstrecke ist besonders waren die schlimmsten hoffentlich geht diesmal gucken wir wahrscheinlich wieder nicht aber dann ist es entschieden ich musste abdemschen weil sonst bin ich aus der kurve geflogen Ja, liebe Leute, da durfte ich tatsächlich mal ein Sun-Death-Farm. Wahnsinn, kein Fehler dabei. Ja, dann wünsche ich euch auch einen schönen Tag und sage bis zum nächsten Mal bei dem ganzen Quatsch, den wir hier so verzapfen. Bis demnächst, Leute. Macht's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.